hallo leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von gta online gta nur tschuldigung wir machen weiter mit einer kleinen mission heute mal wieder und wir können ja auch irgendwann mal die fragezeichen machen oder sonst irgendwas ich werde mal was einfallen lassen und wir machen jetzt heute solomon so wie ich das in der letzten folge gesagt hat wir schauen mal was er von uns möchte auf jeden fall hoffe ich euch geht es allen gut und erstmal herzliches willkommen zu einer weiteren spannenden folge von gta wir schauen mal was er von uns möchte oh come in come in thanks you must be Michael yeah you know I used to have three secretaries now I have to make my own coffee and give myself a happy ending see the ships are coming in but the walls will hold us Nelson in Naples Pluto I said Mars your cocksucker shoulder Orion two Devin Weston said you were a fan huge fan tell me Michael Devin Weston did he does he want you to bump me off no not at all he said you were retiring but might need some help on the movie only assholes retire Michael him and my son they want to put me out the pasture so they can turn this place at the condos or a theme park or something but this place is a dream factory well maybe they have different dreams some days I don't blame them you know they always say never work with children or animals well I want to add to that list never work with directors or actors this picture is gonna kill me all right so what's it about it's perfect set in Liberty City meltdown it's all being shot on green screen right out back there we take a look at the financial crisis and then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies lots of training montages so what's the problem Milton McElroy I cast him in the second lead because he's cheap zero talent incidentally well he's got this new agent Rocco Pelosi he's been hassling us about renegotiating the deal so now he's holding up shooting until he gets paid that sounds problematic it would be if the director wanted to shoot Anton Baudelaire ever heard of him that doesn't surprise me now he's having a mental breakdown pissing all over himself who knows where all right looks like you got yourself that new assistant but no happy index I love you already okay and then the moala then help me to the old man where Michael is so a big fan of him is and I have me also right so spontan overlegt that we will see the film then also a bit of a look at the same book also I have him here already reingezogen also but not full and and just tell you this Ich habe meine Erinnerung vergessen. Ich habe ein paar Details vergessen. Ja, es war so obvious. Du willst diesen Pelosi-Pelosi-Guy clippen? Nein, Gott, nein. Ist das eine Option? Nein, nein, nein. Bade Idee. Bade Idee. Keine Clippen zu jemandem. Er ist auch in meinen Direktor. Er ist auch in meine Direktor. Wenn du es glaubst. Also, teach this Punk eine Lehre, und bringe die Talenten zurück zum Set. Ideal, in einem mehr collaborativen Moment. Ich werde sehen, was ich kann. Sie werden alle in der Klub? Ich habe gesagt, es ist kein Klub wie ein Rat Pit. Anton und Milton sollten da sein. Und Pelosi ist auf der Weg, um sie zu holen. Er hat sie zu seinem Läufer gebracht. Also, wenn er hört, dass jemand aus dem Studio kommt. Er wird ihn schnell raus. Okay, ich gehe ruhig. See you auf dem Set, Boss. Ja, dann gucken wir mal und schauen wir mal. Und wir sehen weiter. Da müssen wir hin. Losseh, Mann, wie mö character Z crossover? Es wird ein dumm Faradiesemus! Es wird eine Sparkle in die Bühne, er wird späteren, lampen verbunden und die Pfeil. Und das reale Geschenke. Das ist Pelosi-Entertain-Me. Jetzt gib mir eine Minute hier. Just eine Minute. Ich muss etwas in die Mitte holen. Johnny, wir haben fast den Club. Wir sind endlich ein Go. Jetzt, du schau dich an diesen Leuten. Kein Koffi. Okay? Let's go. Dann nehmen wir die Laffe. Koffi-Brat-Boysen. Ja, ich hab das gerade nicht durchgelesen. Wir müssen noch ein bisschen langsamer gehen. Wow, was machst du hier? Das war's, ne? Hier ist keiner mehr. Da mit dem Hoch. Das war's, ne? Leute, du gehst zurück zum Set. Du gehst verloren, Rinkles? Wer ist das, Jackass? Hey, du! Oh, es ist so, dass diese Leute in Liebe mit ihren Kontrakten. Also werden sie zurück zum Set mit mir gehen. Kannst du glauben, dass dieser fucking Clown? Nein, dieser Leute ist all meine. Haha, ha ha ha. Es gibt eine reale Physicalität zu ihm. Du willst mich auf den Studio zu beenden? Okay, Spraytan. Wir werden einen neuen Deal machen. Dann machen wir mal eine Rundreise, wa? Sie werden ein guter Mann, wenn ich fertig bin. Ich weiß nicht, wer du bist! Du bist auf Studio Security? Ich bin nicht Sicherheit! Ich bin Salomon's Assistant! HALF! SHELL OUT! Kann ich nur sagen, ich war das für die Veränderung von Strong Trucks? Ich will nicht eine neue Veränderung, so viel muss auf die Show entweder! Ich habe ein Gefühl, du möchtest auch wieder nachdenken! Wir sind schnell genug! Können wir gehen? Wir würden immer sterben, würden wir? Sie werden jemanden hier töten? Fire, bitte! Enough! Enough! Okay! Okay! Ich mache das für die Veränderung! Für das für die Veränderung! Ich mache alles, was du möchtest! Ich mache dich! Ich mache dich einfach! Und einfach los! Okay! See? Das war nicht so schwer! Jetzt kommen wir zurück zu arbeiten! Hey, Milton! Was? Ich denke, du hast eine Entschuldigung für Herr Richards! Ich würde mich bezahlen? Nein! Du musst mich entspringen! Ich muss ehrlich sagen! Ich bin brutal, ehrlich gesagt! Du bist nicht so gut! Du bist so gut! Du hast es geplant! Du bist glücklich, du bist wirklich! Du bist so gut! Ich bin ein Arzt, Mann! Ich bin... Du entspringst! Du entspringst! Wenn du Salomon! Du sagst! Du bist so gut! Sorry für die Veränderung, Herr Herr! Und du wirst immer, immer, wirst du die Möglichkeiten, die er dir gegeben hat! Gut! Hey! Dude! Back auf! Salomon's Office! Komm! Schau! Ich fühle mich etwas Gita! Wie würde ich mich an den Mannen, gehen wir ein bisschen schreitig, und ich sage Salomon von woher ich ihn wundern bin in einer Woche? Wie würde du ihn jetzt sehen? Haha! Wie eine wunderbare Überraschung! Anton, mein Junge! Du bist ein Arzt, ich weiß das! Und diese Geschichte ist der besten Art. Ein klischemisch kliché-ritten Pile von Dross das du wirst in die Magie. Ich liebe dich! So, Salomon, Milton hier hat etwas, er möchte dich sagen. Sag es! Ah! Ich will nur sagen, ich will nur sagen, ich entschuldige mich für irgendwelche Verständnis, Herr, und ich... ich... ich empfehle... all die Möglichkeiten, die du mir gegeben hast. Natürlich! Natürlich! Michael, was kann ich sagen? Du bist ein Natural! Ich liebe dich! Du bist ein Kind! Nein, nein! Ich meine es. Ich meine es nicht. Aber es wäre okay, wenn ich dir einen Schrauch? Das Schrauch scheint zu kürzen! Für einen Grund oder anderen! Ich brauche einen Assoziator-Producer! Ich liebe das! Wir sprechen bald! Ich muss gehen! Oh, hell ja! Puh! Gut! Das haben wir geschafft! Gucken wir mal! Zwei Punktlandung! Null! Ah! Schade! Wir haben zu lange gebraucht! Wir werden bestimmt elf Sekunden, äh, elf Minuten oder so drüber haben! Aber ich würde sagen, das war's für heute! Wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, GTA Online, äh, GTA in der weiteren Mission! Und vergesst sie zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren! Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, also einen Daumen hoch! Auf jeden Fall! Das wäre echt klasse von euch! Und wir sehen uns beim nächsten Mal! Bis dann! Und auf Wiedersehen! Ciao!